Komm, fahr weiter, bitte. Ich möchte mit meiner Rede beginnen. Okay, gleich ist er weg. Ja, jetzt ist er weg. Verehrtes österreichisches Volk, liebe Österreicher und Österreicherinnen, heute ist Nationalfeiertag und ich möchte eine Rede an euch halten. Danke. Ich werde jetzt schon ausgelacht. Ja, das verstehe ich nicht, warum man mich auslacht, weil ich eine lebenswichtige Rede halte. Ja, und warum man mich mitten in die Natur gestellt hat, weiß ich nicht. Da hört man den Straßenlärm. Ja, normalerweise sollte es vor der österreichischen Fahne stattfinden. Stattdessen finde ich mich hier wieder. Ich verstehe es nicht. Man lacht mich schon wieder aus. Das ist keine Sitcom hier. Nein, ist es nicht. Und die lachen schon wieder über mich. Ich verstehe es nicht. Warum tun die mir das an? Gerade so, dass man mich nicht mit faulen Eiern bewirft. Ich habe einen fahren lassen. Es tut mir leid. Das ist eine wichtige Rede zum Nationalfeiertag in Österreich heute. Jetzt hört doch endlich auf zu lachen. Danke. 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 Vielen Dank.